Roboter waren unsere besten Freunde, bis der Robo-Zombie-Virus zuschlug. Steuer die infizienten Roboter aus der Gefahrenzone. Übernimm die Kontrolle. Mit dem Robo-Zombie-Controller zeigst du ihnen, wo es lang geht. Achtung, der Virus mutiert. Schieß die Arme ab. Er dreht völlig durch. Du musst ihn stoppen, jetzt! Attackier mit dem Robo-Zombie-Controller. Blitzschnell laden und zielen. Leg die leuchtende Kommandozentrale frei. Gefahr gebannt. Robo-Zombie, neu von Huawei. Gebannt.